Der sowjetische Gegenschlag bei Stara Russa verlangsamte die Offensive der Heeresgruppe Nord, die Richtung Leningrad vorrückte. Bald wurde klar, dass diese Verlangsamung weitreichende Folgen haben wird. Auskunft Raketenartillerie Salvenfeuersystem BM-13 stellte einen Rahmen für Raketen dar. Das Zielen erfolgte durch das Verstellen des Rahmens mit einer Zielvorrichtung. Zu den Nachteilen zählte eine hohe Streuung, die sich beim Treffen auswirkte. Doch das wurde durch die hohe Anzahl der fast gleichzeitig abgeschossenen Granaten wieder wettgemacht. In 10 Sekunden schoss nur eine einzige Vorrichtung 16 Geschosse ab. So deckte eine Batterie der BM-Abschussvorrichtungen eine bedeutende Fläche ab. Beim Aufschlag wurde der Sprengstoff in der Rakete beidseitig gezündet. Die Druckwellen trafen sich und erzeugten eine hohe Druckwelle. Die Splitter wurden stark beschleunigt und erhitzten sich bis auf 6,800 Grad. Dadurch bildete sich eine Legende über den Zündsatz in den Raketen. Das System BM-13 bekam den Spitznamen Katyusha in den sowjetischen Truppen. Die Deutschen nannten sie die Stalinorgel. Die Einnahme von Leningrad, des wichtigsten Hafens im ganz Baltikum, wurde durch das deutsche Kommando als eines der wichtigsten Kriegsziele überhaupt angesehen. Die Wirkung der sowjetischen Boote und Schiffe konnte sich auf die Lieferung der schwedischen Eisenerze nach Deutschland auswirken. Von daher wurde die Neutralisierung der sowjetischen baltischen Flotte zur Primäraufgabe erklärt. Es stand direkt im Text der Operation Barbarossa. Die Offensive gegen Moskau kann nur nach der Einnahme von Leningrad und Kronstadt durchgeführt werden. Dieser Teil des Plans sollte nicht geändert werden. Auszug aus dem Kriegstagebuch der Wehrmacht für 30. Juni 1941. Der Führer will immer noch große Teile der Panzergruppe, die in der Heeresgruppe Mitte aktiv sind, nach Leningrad abdrehen, um die Leningrader Industrieressourcen schnell einzunehmen. Die deutsche Offensive auf Leningrad wurde im Juli 1941 auf der sogenannten Luska-Grenze aufgehalten. Es war ein System von Verteidigungsstellungen mit einer Länge von 175 und einer Tiefe von 12 Kilometern. Sie wurde mit den Kräften der Bewohner Leningrads und den Reserveteilen innerhalb des ersten Kriegsmonats aufgebaut. Die Heeresgruppe Nord bekam im August zusätzliche Panzer- und Sturzkampfbomber von der Heeresgruppe Mitte. Mit diesen Kräften schafften es die deutschen Truppen, die Luska-Grenze zu durchbrechen und die sich dort verteidigenden sowjetischen Kräfte einzukesseln. Das Kommando der Leningrader Front führte schwere KW-Panzer ins Gefecht. Diese wurden in Leningrad in der Fabrik namens Kirov produziert. Der KW-Panzer hatte eine Frontpanzerung von 75 mm und eine Kanone Kaliber 76,2 mm. Die deutsche 3,7 cm Pack hinterließ in seiner Panzerung nur kleine Dellen. Dafür wurde der KW-Panzer in den deutschen Unterlagen manchmal als Gespenst genannt. Doch die schlechte Logistik in der Anfangsperiode des Krieges und die schlechte Vorbereitung der Besatzungen führten dazu, dass sogar bei unbedeutenden Defekten viele Panzer einfach verlassen wurden. Am 19. August hat eine Kompanie der KW-Panzer unter dem Kommando von Oberleutnant Kolobanov Verteidigungsstellungen bei Krasnogwardesk bezogen. Kolobanov selbst wählte eine Position, wo die Straße durch einen Sumpf verlief. Als eine deutsche Panzerkolonne auf der Straße auftauchte, hatte Kolobanov zwei der ersten und zwei der letzten Panzer abgeschossen. Danach zerstörte er 22 deutsche Maschinen. Seine Kompanie berichtete nach dieser Schlacht über 43 zerstörte deutsche Panzer. Die sowjetischen Panzersoldaten zählten nach der Schlacht 156 Trefferspuren auf der sowjetischen Panzerung der KW-Panzer. Nach den ersten Berichten von dem KW-Panzer bestand Hitler noch einmal darauf, die einzige Stadt einzunehmen, in der solche Panzer gebaut wurden. Aber allein durch schwere KW-Panzer konnte die deutsche Offensive nicht aufgehalten werden. Als ein deutscher Skoi Richtung Krasnogwardesk vorging, brach das andere durch Luban und Tosno durch. Am 30. August schnitten die Deutschen die Eisenbahn und die Schnellstraße die Leningrad mit dem Rest des Landes verbanden ab. Vom Norden kamen finnische Truppen bis an die Stadtrand. Die Landesverbindung von Leningrad mit dem Rest des Landes wurde unterbrochen. In Leningrad kam es zu Problemen bei der Stromversorgung. Am 8. September kamen deutsche Truppen bis an den Ladoga See und nahmen Schlüsselburg ein. Es begann die Belagerung von Leningrad, die 882 Tage, also zwei Jahre und fünf Monate dauern sollte. Im September 1941 befanden sich in Leningrad über zweieinhalb Millionen Einwohner, darunter circa 400.000 Kinder. In der Stadt befanden sich über 300.000 Flüchtlinge aus dem Baltikum und den Nachbargebieten. Nahrung und Treibstoff, Vorräte in der Stadt waren ausreichend nur für 30 Tage. Die Gefahr eines Hungertodes hängte über die Stadtbewohner. Die ersten Versuche die Blockade zu durchbrechen gab es bereits im September 1941. Doch diese waren erfolglos. Bei Schlüsselburg standen die deutschen Verbände am Ufer des Ladoga See. Die meisten Versuche die Blockade zu durchbrechen wurden auf diesem nur 12 Kilometer breiten Streifen unternommen. Es war September 1941. Die deutschen Truppen verloren Zeit in den Gefechten bei Stararussa. Sie brauchten jetzt ihre Panzer und Flugzeuge bei Moskau, wo die Operation zur Einnahme der sowjetischen Hauptstadt anlief. Aus dem Tagebuch von Wilhelm Leib, Oberbefehlshaber der Heeresgruppe Nord. 11. September. Es fällt uns stark an der Zeit, da das Oberkommando des Heeres die Übergabe von sieben mobilen Verbänden bis zum 15. September fordert. Die Panzerverbände der Wehrmacht wurden Richtung Moskau geschickt. Leningrad blieb jedoch weiterhin belagert. Am 11. September wurde General Zhukov zum Kommandierenden der Leningrader Front bestimmt. Mit ihm zusammen kam auch sein Stellvertreter, Generalmajor Feduninski. Feduninski Ivan diente die meiste Zeit im Fernost, kämpfte mit bei den Gefechten an der ostchinesischen Eisenbahn. Bei den Gefechten am Harchengol bekam er den Titel des Helden der Sowjetunion. Bei Kriegsbeginn kommandierte er ein Schützenchor im Gebiet von Brest und Kowel und wurde dabei schwer verwundet. Die Bestimmung von Zhukov bedeutete, dass das sowjetische Oberkommando der Verteidigung von Leningrad eine hohe Bedeutung beimaß. Seine Ankunft steigerte die Moral der Verteidiger der Stadt. Viele Veteranen erinnerten sich, dass sie die Stadt mit Zhukov gerettet glaubten. Zhukov nahm sich der Organisation der Stadtverteidigung mit der für ihn typischen Energie an. Dabei legte er den Schwerpunkt auf Artillerie. In der Nähe von Leningrad standen ihm dabei Schiffs- und Küstenverteidigungsgeschütze der baltischen Flotte zur Verfügung. Auskunft Die Schiffe der baltischen Flotte hatten im Dienst 153 Geschütze mit einem Kaliber über 100 mm. Insgesamt gab es in der Flotte und bei der Küstenverteidigung über 300 Geschütze. Bei der Abwehr der Angriffe auf Leningrad haben sie über 25.000 Granaten auf die deutschen Truppen abgeschossen. Darunter 6000 schwerer Granaten mit einem Kaliber zwischen 180 und 406 mm. Das Feuer der Artillerie konnte die deutsche Offensive 7 km vor der Stadt aufhalten. Bis zum Winterschloss blieben es nur noch 16 km. Im Gebiet von Oranienbaum wurde auf die angreifenden deutschen Truppen aus dem Fuhr Krasnaya Gorka roter Hügel das Feuer geführt. Für den Fall des Rückzugs war dieser schon für die Sprengung vorbereitet. Daher wurde hier nicht an Munition gespart. Die Schockwelle der Explosionen dieser Granaten konnte sogar deutsche Panzer umschmeißen. Die Schussweite dieser Batterie zeichnete die Grenze, die die Deutschen nicht überqueren konnten. Die angreifenden Truppen des General Georg von Küchler wurden aufgehalten. Auskunft Georg von Küchler, 1941, wurde der Generaloberst 60 Jahre alt. Die Kriegsakademie hatte bereits vor dem Ersten Weltkrieg abgeschlossen. Danach diente er als Batteriechef bei der Artillerie und im Generalstab. Bei Leningrad kommandierte er die 18. Armee und danach die gesamte Heeresgruppe Nord. Im Prozess gegen das Oberkommando der Wehrmacht wurde er wegen Kriegsverbrechen zu 25 Jahren Haft verurteilt und 1953 vorzeitig entlassen. Das deutsche Kommando warf die Sturzkampfbomber gegen die baltische Flotte in den Kampf. In dem Himmel über Kronstadt erschienen deutsche Flieger. Einen davon pilotierte Hans-Ulrich Rudl. Zukünftig ein sehr bekannter als der Luftwaffe. Bereits beim ersten Angriff haben die deutschen Flieger mehrere Bomben auf das Schlachtschiff Marat abgeworfen. Zweimal 500 Kilogramm Bomben verursachten eine Explosion des Munitionsvorrats in einem der Geschütztürme. Der durch die Explosion hochgeflogene Turm fiel in den Durchbruch des Decks. Nach mehreren Angriffen legte sich das Schlachtschiff auf den Grund. Weitere zwei Schiffe wurden auch versenkt. Somit verloren die Verteidiger der Stadt gleich 35 starke Geschütze. Im ersten Monat der Belagerung wurden auf den Straßen der Stadt 1500 Lautsprecher angebracht. Normalerweise liefen dort Radiosendungen. Bei Luftangriffen wurden die Radiosendungen unterbrochen und nach einer Warnsirene ein Metronom angestellt. Wenn die Warnung aktiv war, lief das Metronom schnell. Als der Luftangriff vorbei war, wurde das Metronom langsam gestellt. Die rhythmischen Metronom-Töne wurden zu einem der Symbole der Belagerung von Leningrad. Die Effektivität der deutschen Luftangriffe auf Leningrad war nicht sehr hoch. Die Anzahl der Flugabwehrgeschütze in Leningrad war achtmal so hoch wie in Berlin oder London. Viel gefährlicher waren die deutschen schweren Geschütze. Auf den Wänden der Häuser in Leningrad hängte man Warnschilder mit Aufschriften auf. Welche Straßenseite gefährlicher war bei Artilleriebeschuss. Die Deutschen schossen nicht auf hohe Gebäude oder die Kathedralenkuppe. Sie nutzten diese zur Orientierung, zum Zielen. Die Feuerkraft der Artillerie wurde auf die Wohngebiete und die Industrieanlagen der Stadt gerichtet. Über der Stadt kreisten ständig Flieger, die das Feuer der Artillerie korrigierten. Wertvolle Denkmäler wurden mit Schildern und Sandsäcken abgedeckt. Doch in den Vorstadtgebieten von Leningrad wurden viele historische Werke zerstört und für immer verloren. Das Katharinenpalast in Tsarskoe Selo wurde zerstört und ausgeraucht. Ebenfalls das große Schloss in Peterhof. Das berühmte Bernsteinzimmer, das die Deutschen demontiert und weggebracht haben, wird bis heute vermisst. Am 8. September 1941 wurden die Lager von Badaev angegriffen und verbrannten. Es waren Nahrungsmittellager in hölzernen Schuppen. Das Feuer war sogar vom Rand der Stadt sichtbar. Die schreckliche Nachricht über die verbrannten Nahrungsmittel wurde mündlich immer weitergegeben. Doch die Situation war sogar noch schlimmer, als die Leute glaubten. Denn die verbrannten Vorräte reichten der Stadt maximal für eine Woche. Denn die Stadt brauchte täglich 1000 Tonnen Nahrungsmittel. Auf dem Luftweg konnten täglich maximal 200 Tonnen in die Stadt gebracht werden. Also nur 20% des Gebrauchten. Die Stadt könnte über den Ladogasee erreicht werden. Über den 50 Kilometer langen Wasserweg. Aber so die Versorgung herzustellen war nicht einfach. Der Ladogasee ist berühmt für seine Heimtücke. Für kleine Boote ist er besonders gefährlich. Aus diesem Grund wurde bereits zu Zeiten Peter des Großen entlang der Küste ein Kanal angelegt, auf dem Boote fuhren. Auf dem Ladogasee selbst fuhren fast gar keine Boote. Die Deutschen unterbrachen diese Kanalverbindung. Die Stadtverteidiger mussten eine neue Anlegestelle auf dem Westufer einrichten. Die ersten Lastkene wurden bereits eine Woche nach Beginn der Belagerung am Ufer, der unvorbereitet war, entladen. So wurde die Strecke, die man später die Straße des Lebens nannte, geboren. So wurden im ersten Monat der Belagerung bereits 10.000 Tonnen Nahrungsmittel in die Stadt gebracht. Doch diese reichten maximal für 10 Tage. Im Juli wurde ein Kartensystem für Nahrungsmittelausgabe eingeführt. Die Arbeiter in Leningrad bekamen 800 Gramm Brot am Tag. Nicht arbeitende 400 Gramm. Doch zu Beginn von Oktober wurden diese Normen nochmal salbiert. Ende November kam die Stadt an den Rand des Todes. Ab da bekamen die Arbeiter 250 Gramm und sonstige Bürger 125 Gramm Brot am Tag. Die Qualität des Brotes fiel auch drastisch. Der Mehl wurde verbrannter Mehl von den verbrannten Lager von Badaev beigemischt. Auch andere Sachen wurden beigemischt. Zum Beispiel Zellulose von der Holzverarbeitungsfabrik, in der vor dem Krieg Geld gedruckt wurde. Die ersten vollständig erschöpften Leute kamen bereits Anfang November 1941 in die Krankenhäuser. Gegen Ende November starben in Leningrad vor Hunger über 11.000 Menschen. Der eisige Winter 1941-42 floss den Menschen Hoffnung ein. Man hoffte auf eine Verbesserung der Lage. Doch wieder zeigte sich der Ladogasee heimtückisch. Er froh niemals komplett zu. Das offene Wasser zerbrach das Eis. Das schwache Eis erlaubte es nicht, einen Weg über den kürzesten Abstand zwischen Ost- und Westufer anzulegen. Außerdem stand die deutsche Artillerie sehr nah am Ufer. Als am 20. November die Eisdicke 180 mm erreichte, wurden über dem Eis Pferdeschlitten geschickt. Zwei Tage später fuhren auch LKWs. Die zwei Tonnen schweren LKWs trugen je zwei bis drei Säcke an Vorräten. Trotzdem brachen mehrere Fahrzeuge durch das Eis und versanken. Die Fahrer standen absprungbereit für den Fall, dass das Eis durchbricht. An manche LKWs wurden Schlitten gebunden, um mehr Vorräte zu transportieren. Auf dem Rückweg wurden Stadtbewohner aus der Stadt evakuiert. Die Gesamtlänge der Straße des Lebens betrug etwa 30 km. Auf dem Eis wurden Versorgungsstellen für Nahrung, technische Hilfe, Tankstellen und medizinische Hilfe errichtet. Je nach Wetter und Beschusslage durch die Deutschen wurden verschiedene Wege benutzt. Zur Verteidigung der Straße wurden zwei Verteidigungslinien direkt auf dem Eis angebracht. Im Abstand von 8 und 12 km von der Küste. Direkt auf dem Eis wurden Schneegräben und MG-Nester angelegt. Flugabwehrgeschütze und Jagdflieger schützten die Straße des Lebens vor deutschen Luftangriffen. Aber die deutschen Luft- und Artillerieangriffe erreichten ihr Ziel. Während der ersten Woche wurden auf der Straße des Lebens 52 LKWs verloren. Trotz aller Anstrengungen zur Versorgung der Stadt und Evakuierung der Bewohner starben im Dezember 1941 in Leningrad 53.000 Menschen vor Hunger. Der plötzliche Tod der Passanten wurde zur Gewohnheit. Die Menschen gingen, fielen und starben. Die Beerdigungsdienste sammelten im Dezember täglich um 100 Leichen auf, auf den Straßen der Stadt auf. Aus dem Tagebuch der Bewohnerin von Leningrad, Jelena Skrebina. Die Menschen sterben jetzt ganz einfach. Zuerst verlieren sie das Interesse an allem. Dann legen sie sich ins Bett und stehen nicht mehr auf. Sie sterben, als ob sie einschlafen würden. Die anderen sind auch nur halblebendig. Sie beachten die Toten gar nicht. Viele Fahrer der Straße des Lebens machten zwei Fahrten am Tag. Eine Fahrt frühmorgens und eine Fahrt spät in der Nacht. Der Leitende der Eisstraße Nefördorf schrieb, Nachts muss man auf dem See mit Licht fahren. Denn so gibt es weniger Verluste durch Unfälle als durch Feindflieger. Manchmal gingen die LKWs unter Eis so schnell, dass das Licht noch lange unter Wasser zu sehen war. Im ersten Monat des Betriebes der Eisstraßen versanken fast 300 Fahrzeuge. Jedoch konnte trotzdem der minimale Tagesbedarf der Stadt eingeführt werden. Im Winter der Jahre 1941-42 konnte fast eine halbe Million Bewohner aus der Stadt evakuiert werden. Wieso wurde die Stadt nicht aufgegeben? Konnte denn eine Kapitulation die Leben der friedlichen Bevölkerung bewahren? Die Antwort auf diese Frage ist klar im Hitlers Befehl Nummer 1601 vom 22. September 1941 zu lesen. Nach der Niederlage von Sowjetrussland gibt es kein Interesse an weiterer Existenz dieses Ortes. Es wird vorgeschlagen die Stadt einzukesseln und Erdboden gleich zu machen mittels Artillerie, Beschuss aller Kaliber und ununterbrochener Luftangriffe. Die Stadt und ihre Bewohner konnten nur durch einen Durchbruch der Belagerung gerettet werden. Leningrad war nicht einfach nur eine Stadt. Hier befanden sich die größten Industrieunternehmer und die Basis der baltischen Flotte, dessen Verlust auch zum Verlust des Hafen in Murmans geführt hätte. Über diesen Hafen wurden Land and Lease Lieferungen aus den USA und Großbritannien angeliefert. Natürlich blieb Leningrad zeitgleich das größte Kulturzentrum des Landes. Das Schicksal der Stadt wurde von allen Bürgern der Sowjetunion mitverfolgt. Sie alle eiferten mit und halfen mit allen Kräften. Der Kampf um Leningrad wurde zu einem der größten Ereignisse im Zweiten Weltkrieg für die Sowjetunion. Das sowjetische Kommando entschied, die Belagerung an der engsten Stelle zu durchbrechen, bei Schlüsselburg auf den Signawin-Vorstoß. Es war ein kleiner Abschnitt mit einer Breite von 10 Kilometern zwischen den Truppen zweier Fronten. Und vom Westen her griffen die sowjetischen Truppen der Leningrader Front an, vom Osten her die der Wolhofer Front. Die Deutschen nutzten die Bedienungen und errichteten drei starke Verteidigungslinien. Eines regnerischen Nachts, zum 20. September bei Dubrovka, hat eine kleine Abteilung von Hauptmann Vassili Dubik den Fluss mit Fischerbooten und selbstgebauten Flüssen überquert. Die sowjetischen Soldaten kletterten lautlos auf das steile Ufer und gingen in die deutschen Schützengräben rein. Die Deutschen haben den Angriff nicht erwartet. Die Sowjets konnten schnell ein kleines Stückchen des Ufers einnehmen. Sofort schickten sie Verstärkungen nach. Dieses Stückchen Erde, das durch die Soldaten als das Stückchen an der Niva genannt wurde, Nevsky-Petatschok, ist zu einem Wahrzeichen der Schlacht um Leningrad geworden. Um den Brückenkopf zu liquidieren, haben die Deutschen zwei Regimenter einer Fallschirmjäger-Division losgeschickt. Diese wurden frisch von den Kreta-Inseln eingeflogen und zogen sofort in die Schlacht. Die Deutschen Fallschirmjäger sagten sich, lieber springe ich dreimal über Kreta ab, als in Russland zu kämpfen. Die Deutschen schafften es nicht, den Brückenkopf zu liquidieren. Aber seine Größe schrumpfte auf zwei Kilometer in der Länge und 500 Meter in der Breite. Im Oktober blieb dieses Stückchen die letzte Hoffnung zur Herstellung einer Landesverbindung zum Rest des Landes für die Sowjets. Deutsche Truppen standen vor Moskau. Es gab keine Reserven mehr zum Durchbruch der Belagerung. Alle verfügbaren Einheiten sind zur Verteidigung von Moskau abtransportiert worden. Harte Gefechte an dem Stückchen an der Neva hörten nicht auf, weder bei Tag noch bei Nacht. Die Sowjets konnten immer weniger Verstärkungen zu dem Brückenkopf schicken. Er war komplett erreichbar fürs Feuer beider Seiten. Deswegen mussten sich die sowjetischen Soldaten auf dem Brückenkopf tief in die Erde eingraben. Einen weiteren Versuch, die Blockade zu durchbrechen, haben die Sowjets im November unternommen. Zu dieser Zeit wurde die Brotausgabe in der Stadt auf 125 Gramm pro Tag reduziert. Auch die Soldaten hungerten. Einer der Kommandeure wollte wissen, wie weit seine Soldaten ohne Pause gehen können. Es stellte sich raus, dass die meisten nach 400 Metern keine Puste mehr hatten. Bei seiner Rede am 8. November 1941 in München sagte Adolf Hitler, Leningrad ist jetzt auf sich allein gestellt. Er wird fallen, früher oder später. Die Blockade ist nicht zum Durchbrechen. Leningrad soll verhungern. Anfang November wurden sowjetische Panzer auf das Stückchen an der Neva rübergebracht. Die Sowjets konnten so deutsche Schützengräben erobern. Als Reaktion haben die Deutschen eine Infanteriedivision verlegt. Die Novembergefechte wurden zu den bluttigsten in der Geschichte des Stückchen an der Neva. Die Sowjets verloren damals über 5000 Mann. Nur gegen Ende des Jahres wurden die Gefechte an diesem Brückenkopf etwas weniger intensiv. In Leningrad selbst starben im Januar 1942 bereits bis zu 4000 Menschen täglich. An manchen Tagen wurde sogar die Zahl 7000 erreicht. Januar wurde zum schrecklichsten Monat in der gesamten Blockade. In der ersten Hälfte des Monats hat die gesamte nicht arbeitende Bevölkerung der Stadt überhaupt keine Produkte bekommen. Es wurde nur 4% des Elektrostroms erzeugt. Im Vergleich zu Vorkriegszeit. Starker Frost bis zu minus 30 Grad vereiste sogar die Wasserleitungen. Die Heizung funktionierte nicht. Möbel, Zäune, alles was brannte wurde zum Beheizen verbrannt. Aus dem Tagebuch von Elena Skrebina. Der Tod konnte überall beobachtet werden. Wenn man morgens aus dem Haus geht, sieht man Leichen, die im Hof liegen oder auf der Straße. Die Leichen bleiben lange liegen, denn es kommt niemand, um sie wegzuräumen. Doch bei diesen Bedienungen wurde in der Stadt weiterhin gearbeitet. Die Kirova Fabrik befand sich stellenweise 4 Kilometer weg von der Front. Die Produktion und Reparaturen der Panzer wurden nicht an einem einzigen Tag unterbrochen. Manchmal passierte es, dass die halbfertig gestellten KW-Panzer das Feuer auf die deutschen Truppen führten durch die Zechenfenster. Im Leningrader Institut für Pflanzenkunde befand sich eine einzigartige Kollektion von Samen für landwirtschaftliche Nutzpflanzen. 28 Mitarbeiter des Instituts starben während der Belagerung vor Hunger. Aber sie rührten den Vorrat der selektierten Samen von mehreren Tonnen Reis, Kartoffel und Weizen nicht an. Nur in der zweiten Hälfte des Februars wurde die Lage etwas besser. Die Arbeiter bekamen 500 Gramm Brot, Angestellte und Beamte 400 Gramm. 300 Gramm bekamen Kinder und Nichtarbeitende. Die schädlichen Beimischungen wurden aus dem Brot fast vollständig entfernt. Die Versorgung wurde regelmäßig. Es wurde möglich, die Nahrungsmittelkärtchen fast immer einzulösen. Am 16. Februar haben die Bewohner von Leningrad zum ersten Mal wieder Fleisch gesehen. Es war gefrorenes Rindfleisch und Lammfleisch. Es zeichnete sich ein Umschwung in der Nahrungsversorgung von Leningrad an. Die Versuche die Belagerung im Herbst 1941 zu durchbrechen waren schlecht organisiert. Denn die Hauptkräfte warf das sowjetische Oberkommando in die Verteidigung Moskaus. Doch als im Januar 1942 die deutschen Truppen weg von der Hauptstadt gejagt wurden, wurde es an der Zeit, eine große Operation bei Leningrad durchzuführen. Die sowjetischen Truppen sollten einen Schlag in die Flanke der Heeresgruppe Nord von dem Ufer des Flusses Wolkow durchführen. Das sumpfige Gebiet erlaubte es nicht viele Panzer einzusetzen. Schwere Technik konnte nur entlang der Straßen und Eisenbahnen genutzt werden. Daher hing der Gefechtsausgang vollständig von der Artillerie und Infanterie ab. General Fedyninski leitete die Armee, die im Bereich des Flaschenhalses in die belagerte Stadt durchbrechen sollte. Den hohen Bahndamm beim Dorf Bogostje verwandelten die Deutschen in eine Art Festungsmauer mit befestigten Feuerstellungen. Deutsche Soldaten versteckten sich bei Artilleriebeschuss in befestigten Deckungen. Beim Beschussende kamen sie wieder an ihre Feuerstellungen. Die Angriffe der sowjetischen Infanterie stießen an einen Kugelhagel. Die Verluste waren enorm und der Fortschritt minimal. Am 7. Januar hat die 2. Stoßarmee von General Klikow einen Schlag gegen die deutsche Verteidigung im Gebiet von Liban durchgeführt. Dieser lag südlicher des befestigten Flaschenhalses. Doch bereits die ersten Stunden zeigten die Fehler auf, die bei der Vorbereitung der Operation gemacht wurden. Hier wirkte sich der Wunsch der sowjetischen Oberkommandos aus, die Belagerung so schnell wie möglich zu beenden. Der Divisionskommandeur Antyfeyev sagte, unsere Truppen, die den Fluss überquerten und das linke Ufer erreichten, kamen unter starkes MG- und Mörserfeuer der Deutschen. Die Artillerie schaffte es nicht, die feindlichen Feuermittel zu bekämpfen. Außerdem hatte die Artillerie nur ein Viertel des üblichen Munitionsvorrates. Die sowjetischen Truppen mussten in die Ausgangspositionen zurück. In ein paar Tagen wurde die Offensive wieder aufgenommen. Die Sowjets schafften es über Wälder und Sümpfe, 30 Kilometer vorwärts zu kommen. Bis zur Vereinigung mit den Verteidigern Leningrads blieb noch einmal so viel übrig. Denn deutschen Truppen drohte die Gefahr eingekesselt zu werden. Es schien, die deutschen Truppen würden sich zurückziehen in dieser Situation. Doch der Hitler hat einen Rückzug verboten. General von Leb trat zurück von seinen Posten und General Küchler übernahm. Sein Vorschlag war es, alle Kräfte zum Halten der Straßen und der Eisenbahnen zu nutzen. Diese Entscheidung wurde zur Rettung für die deutsche Seite. Die Kontrolle der Straßen erlaubte es der deutschen Seite, die Versorgung ihrer Truppen aufrecht zu erhalten. So konnten auch die Reserven schnell an die kritischen Stellen der Front verlagert werden. Die durchgebrochenen Verbände der 2. Stoßarmee der Sowjets wurden über eine einzige Straße versorgt, die in einem 5 Kilometer breiten Korridor lag. Diese Straße reichte nicht für die Versorgung aus und es herrschte Mangel an Treibstoff, Munition und Vorräten. Im Februar stockte die Offensive, aber die eingenommenen Positionen konnten noch gehalten werden. Die Verteidigung zwischen den Sümpfen einzurichten war sehr schwierig. Die Schützengräben liefen ständig voll mit Wasser. Der Boden musste ausgelegt werden. Schon bald begannen die Truppen richtig zu hungern. Im März forderte Hitler vom Küchler, die sowjetische 2. Stoßarmee einzukesseln. 5 deutsche Divisionen griffen gleichzeitig von mehreren Seiten an. So wurde die 2. Stoßarmee abgeschnitten. Es konnte zeitlang ein Korridor mit der Breite von 1,5 bis 2 Kilometer gehalten werden. Er konnte von den Deutschen uneingeschränkt beschossen werden. Deswegen musste man sich dort nur nachts bewegen. Den Deutschen blieb es nur noch, die praktisch eingekesselten sowjetischen Verbände zu vernichten. Doch der erste Schlag kam an das Stückchen an der Neva. Im April blieben dort noch ca. 1000 sowjetische Soldaten. Als an der Neva das Eis begann zu schmelzen, wussten die Deutschen, dass die Sowjets jetzt keine Verstärkungen mehr rüberschicken können. Die deutsche Artillerie verstärkte das Feuer auf den Brückenkopf. Das letzte, was die Sowjets vom anderen Ufer noch sahen, war ein Fetzen mit draufgekritzelten Wort Hilfe. Doch machen konnte man gar nichts. Es gab keine Brücken und wenn das Eis schmilzt, kann man auch nicht mit Boot rüberfahren. Das Stückchen an der Neva wurde liquidiert. Das Kommando über die eingekesselte 2. Stoßarmee wurde an General Vlasov übergeben. Anfang Mai hat das Kommando die Entscheidung getroffen, die Truppen aus dem Kessel rauszuführen. Doch einen Tag, bevor die sowjetische 2. Stoßarmee aus dem Kessel entkommen konnte, haben die Deutschen den Kessel geschlossen. Zum Preis hoher Verluste schafften es die Sowjets, die Front noch mal zu durchbrechen. Aber nur kleine Teile der Armee schafften es wieder raus. Aus den Memoiren des Batteriekommandierenden der 305. Division Dobrow. Die Fläche, 2x2 Kilometer, konnte uneingeschränkt beschossen werden. Überall lagen Verwundete und Tote. Manche hatten Wahnvorstellungen, manche flehten um etwas Wasser, andere wollten, dass man sie verbindet. Wieder andere baten darum, sie zu erschießen, weil sie selbst nicht mehr konnten. Die Deutschen gingen nicht in die Offensive und sie belegten uns die ganze Zeit mit Artillerie und Luftangriffen. Der letzte Durchbruchsversuch wurde in der Nacht unter Artillerie und im Gekreuzfeuer der Deutschen unternommen. Am Morgen wurde der Kessel vollständig blockiert. Ende Juni schafften es ca. 10.000 Mann aus dem Kessel raus. Die Deutschen haben ca. 30.000 Gefangene genommen. Zwei Wochen später, nach der Liquidierung des Kessels, wurde der Kommandierende der sowjetischen 2. Stoßarmee General Vlasov im Dorf Tuchoweschi gefangen genommen. Nach ein paar Tagen erklärte er sich bereit, mit dem Dritten Reich zu kooperieren. Schon bald begann Vlasov mit der Propagandaarbeit. Er warnte sich an die Soldaten und Kommandeure der Roten Armee. Er schrieb einen offenen Brief. Wie kam ich auf den Weg des Kampfes gegen den Bolschewismus? Der Text des Briefes ist faktisch eine Deklaration zur Gründung der sogenannten russischen Befreiungsarmee. Auskunft General Vlasov kam 1901 in einer armen Familie zur Welt. 1919 trat er der Roten Armee bei, wo er schnell Karriere machte. Danach nahm er 1920 an der Unterdrückung des grünen Aufstandes von Nestor Mahno teil. Trat 1930 in die kommunistische Partei ein. Genoss das vollste Vertrauen der sowjetischen Führung. Bei den Säuberungen 1937 bis 1938 wurden aufgrund seiner Berichte andere Offiziere verhaftet. Schon bald fing Vlasov an, auch Militäreinheiten aus den Gefangenen, die die Seite gewechselt haben, zu bilden. Daher nannte man auf der sowjetischen Seite alle Überläufer Vlasovets, bedeutet Vlasovs Soldat. Doch diese sollte man nicht mit den sogenannten Hiwiswehr wechseln. Die Hiwis waren hilfswillige, also unbewaffnete Kriegsgefangene, die mit Hinterlandarbeiten beschäftigt waren. Auch andere Militäreinheiten im Bestand der deutschen Truppen, die aus ehemaligen UdSSR-Bürgern bestanden, wurden aus verschiedenen Gruppen von Nationalisten gebildet und waren ebenfalls kein Bestandteil der russischen Befreiungsarmee. 1945 in der Tschechoslowakei wurden die Einheiten der Armee von Vlasov gefangen genommen. Sie alle wurden des Hochverrats schuldig befunden, verloren ihre Dienstgrade und zur höchsten Strafmaßnahme verurteilt. Die Belagerung von Leningrad konnte im Frühjahr 1942 nicht durchbrochen werden. Das Eis auf dem Ladoga-See begann zu schmelzen. Die über den Winter gut funktionierende Straße bedeckte sich mit Wasser. Am 20. April gingen ca. 80 Fahrzeuge unter Eis. Alle SIS-5-Lastwegen wurden von der Strecke genommen. Der Beginn des Sommerfahrbetriebs wurde mit Angst erwartet. Den Häfen an den Seeufern und den Schiffen drohten deutsche Luftschläge und Angriffe der deutschen Kampfboote. Der kalte Winter und die Eistauperiode verzögerten den Anfang des Fahrbetriebs. Das erste Schiff konnte erst am 22. Mai 1942 über den See fahren. Die sowjetische Luftabwehr schien effektiv genug zu sein. Warenverlust aufgrund von Luftschlägen erreichte weniger als 1% vom gesamten Transportumfang. Doch bald brachte das deutsche Kommando italienische Torpedoboote Maß und Marine Verprame. Die ursprünglich für die Operation Seelöwe entwickelt und gebaut wurden. An den Ladoga See. Doch wie der Erwarten brachte ihre Aktivität keinen Umbruch in die Versorgungslinien. Die sowjetischen Boote und Lastkerne saßen nicht tief im Wasser. Wodurch italienische Torpedos einfach unter ihnen durchschwammen. Die Sowjets stellten spezielle Bomberstaffeln ab, die die deutschen Basen für die Torpedoboote dauerhaft angreifen sollten. Eines der Torpedoboote konnte am 28. August einen sowjetischen Pram versenken, der Truppen transportierte. Im Herbst wurden die Torpedoboote an Finnland übergeben und die italienischen Besatzungen kehrten nach Italien zurück. Die Belagerung Leningrads blieb jedoch bestehen. Der Durchbruch dieser Belagerung blieb für Leningrad die Frage des Lebens oder des Todes. Die Straße des Lebens funktionierte weiterhin bei Volllast. Aber so konnte nur das Notwendigste für die Stadt und für die Verteidigung gebracht werden. Sie brauchten Nahrungsmittel, Munition und Treibstoff. Im November 1942 hat das sowjetische Frontkommando mit der Teilnahme von Zhukov und Voroshilov die Entscheidung getroffen, die Operation Iskra, bedeutet Funke, durchzuführen. Die Belagerung sollte wieder an der schmalsten Stelle durchbrochen werden. Die sowjetischen Truppen der Volkhov-Front attackierten von außen die Kräfte der Leningrader Front von innen. Die Offensive der beiden sowjetischen Fronten begann mit der Artillerievorbereitung am Morgen des 12. Januars. Nach den letzten Salven gingen die Sowjets in die Offensive. Aber sie schafften es nicht, den Fluss Neva bei Schlüsselburg zu überqueren. Diese Stelle wurde von den Deutschen jetzt noch stärker befestigt. Sowjetische Panzer, die sich in dem sumpfigen Gebiet nur langsam vorwärts bewegen konnten, waren ein leichtes Ziel für die deutsche Panzerabwehrartillerie. Jedoch brachte die Taktik des Doppelschlages den Sowjets endlich Erfolg. Zwei Tage nach Beginn der Offensive waren die Truppen der beiden Fronten nur zwei Kilometer voneinander entfernt. Doch diese zwei Kilometer erwiesen sich als eine besonders harte Nuss. Die meisten Panzer wurden bereits verloren oder blieben stecken. Jetzt kam es nur noch auf die Infanterie an. Der sowjetische General Fedyninski fuhr persönlich an die Front und bat die Truppen darum, schneller weiter anzugreifen, bevor die Deutschen ihre Reserven umverlagern können. Auf seinen Befehl hin wurden spezielle Abteilungen gebildet, die am Tag ruhen und in der Nacht angreifen sollten, um den Deutschen keine Ruhe zu geben. Die Deutschen hielten an der Taktik, bei der sie nur die Straßen verteidigten. Durch die vor dem Krieg kaum bekannten Arbeitssiedlung Nummer 1 und Arbeitssiedlung Nummer 5 verlief die einzige Straße vom Ladoga-See bis zur Station MGA. Diese Arbeitssiedlungen wurden von den Deutschen zu richtigen Festungen ausgebaut. Der Verlust dieser Siedlungen würde für die Deutschen den Zerfall der gesamten Verteidigungslinie bedeuten. General Küchler stand vor einer schwierigen Wahl. Die Verteidigung halten und hoffen, dass die Reserven es rechtzeitig schaffen oder sich aus dem Flaschenhals zurückziehen. Er entschied sich für das Erste, die Verteidigung zu halten. Die Truppen der sowjetischen Volkow-Front kamen an die Arbeitssiedlungen vom Osten her. Doch die angreifenden Truppen wurden vom starken Artilleriefeuer empfangen. Doch auch hier führte die sowjetische Doppelschlag-Taktik zum Erfolg. Vom Westen her näherte sich sowjetische Truppen der Leningrader Front. Deutsche Verteidigung brach zusammen. General Küchler hatte seinen Gegner hier unterschätzt. Am Tag zuvor hätten die deutschen Truppen in Schlüsselburg rechtzeitig evakuiert werden können. Doch jetzt war es zu spät. Sie wurden eingekesselt und gefangen genommen. Circa um Mitternacht des 18. Januars 1943 wurde im sowjetischen Radio die Meldung verkündet. Nach siebentägiger Schlacht haben sich die Truppen der Volkow- und der Leningrader Front am 18. Januar getroffen und somit die Belagerung von Leningrad durchbrochen. Die Sowjets haben auf dem Boden, der mit Explosionstrichtern bedeckt war, in weniger als drei Wochen eine Eisenbahn verlegt. Diese verlief nur fünf Kilometer von der Front entfernt. Die deutsche Artillerie deckte diese Strecke ständig mit Beschuss ein. Die Belagerung wurde noch nicht vollständig gebrochen. Doch zumindest konnten die Sowjets jetzt eine regelmäßige Versorgung für Leningrad gewährleisten. Deutsche Truppen konnten noch nicht weiter zurückgedrängt werden. Die verlegten Reserven der Heeresgruppe Nord konnten die Anhöhen bei der Siedlung Sinjavina einnehmen und befestigen. Auskunft. Die deutsche Infanterieverteidigung wurde um ein MG 34 oder ein MG 42 aufgebaut. Ein Teil der Soldaten war praktisch für die Versorgung und Sicherung der MGs zuständig. 90% der Feuerkraft lieferten die MGs. Im Herbst 1943 haben die Sowjets neue Taktiken entwickelt, um die deutsche Überlegenheit an Feuerkraft zu überwinden. Die Schützen konzentrierten ihr Feuer zusammen mit Mörsern und Artillerie ab den ersten Gefechtsminuten auf dem deutschen MG. Erst wenn das deutsche MG unterdrückt wurde, konnten sowjetische Schützen mit Maschinenpistolen und leichten Infanterie-MGs und Gewehren deutsche Einheiten, die nur mit Gewehren bewaffnet waren, in Schach halten. Jedoch änderte die Anwendung einer prinzipiell neuer Handfeuerwaffe durch die Deutschen die Situation radikal. Sogar bei Verlust des MG konnten deutsche Einheiten mit den MP 43 eine ausreichende Feuerkraft aufrechterhalten, um einen Angriff der sowjetischen Infanterie abzuwehren. Jeder Soldat einer solchen Abteilung konnte automatisches Feuer mit guter Genauigkeit führen. Etwas später wurde diese Waffe Sturmgewehr getauft. Sowjetische Truppen mussten gut verteidigte deutsche Positionen stürmen. 1944 plante der sowjetische Kommando, die Belagerung komplett zu zerschlagen. Doch die deutsche Verteidigung an den Anhöhen bei der Siedlung Sinabino konnte nicht überwunden werden. Daher haben die Sowjets ihre Strategie geändert. Als Ausgangsposition für eine neue Offensive haben die Sowjets das Stückchen Land bei Oranienbaum gewählt, an der Küste des finnischen Meerbussen, das die Truppen von Küchlein nicht eingenommen haben. Von diesem Brückenkopf sollten laut Plan Angriffe ins Hinterland und in die Seite der deutschen Truppen, die Leningrad belagerten, ausgeführt werden. General Fedyninski führte die zweite Stoßarmee an. Diese wurde verdeckt zum Oranienbaum verlegt. Dieser Plan hatte einen großen Vorteil. Die Truppen konnten jetzt von der mächtigen Schiffs- und Küstenartillerie der baltischen Flotte unterstützt werden. Für diese Operation haben die Sowjets 100 Geschütze mit einem Kaliber größer als 100 mm zugeteilt. Dazu gesellten sich drei Geschütztürme des halbversunkenen Schlachtschiffes Marat und die Batterie des Vors der Rote Hügel. Die sowjetische Offensive begann am 14. Januar 1944. Aus Gründen der Geheimhaltung wurde davon in der Zeitung oder im Radio nichts berichtet. Doch die Bewohner Leningrads hörten das Dröhnen der Artillerie und hofften auf baldiges Ende der Belagerung. Vom sowjetischen Kommando zweifelte niemand am Erfolg der Operation. Die Erde bebte bei den Salven der Großkaliber Artillerie. Die Offensive von dem Brückenkopf kam für die Deutschen unerwartet und führte zum Zerfall der gesamten Verteidigung in dem Gebiet. Eine Woche nach dem Beginn der Offensive haben die sowjetischen Truppen den Kessel bei der Stadt Ropscha geschlossen. Viel Kriegsgerät wurde dabei erbeutet. Güchlers Verbände mussten sich zurückziehen. Die Front rollte weg von Leningrad. Das Donnern der Artillerie wurde immer leiser und ein paar Tage später wurde es endlich seit vielen Monaten still in der Stadt. Auskunft Während der Belagerung sind in Leningrad nach offiziellen Angaben ca. 642.000 Menschen gestorben. Manche Historiker nennen sogar eine Zahl von 850.000 Menschen. Jedoch starben nur 3% davon durch Artillerie und Luftangriffe. 97% starben an Hunger. Seit Beginn des Krieges wurde aus Leningrad ca. 1.800.000 Menschen evakuiert. Nach dem Ende der Belagerung blieben in der Stadt nur noch 560.000 Bewohner. Das war nur ein Fünftel von der Zahl zu Kriegsbeginn. Der Schlacht um Leningrad war die längste Verteidigung der größten Stadt in der Geschichte des Zweiten Weltkrieges. Die Heeresgruppe Nord war zweieinhalb Jahre festgebunden durch die schweren Gefechte in Wäldern und Sümpfen. Sie trug fast ein Fünftel der deutschen Streitkräfte an der Ostfront. Dabei blieben diese Kräfte die passivsten. Durch das aufrechterhalten der Belagerung konnte das deutsche Kommando diese Truppen weder bei Moskau noch bei Stalingrad oder Kursk einsetzen. Und weit im Süden, in den weiten Räumen zwischen Kharkov bis Volga, lernte die Rote Armee noch eine schwierige Lektion des Kriegesmanövertaktiken der Panzerverbände. 1942 sollte die Welt zum ersten Mal den Namen der sowjetischen Stadt Stalingrad hören und diesen für immer merken.